Hoi Freunde, willkommen zurück zu Dark Souls. Pinkelpause gemacht, Pause generell gemacht, was getrunken, was gegessen. Okay, was gegessen habe ich nicht. Was gegessen, so schnell. Nein. Aber nein, ich bin motiviert jetzt hier weiter zu spielen, weil... Ja doch, ich habe jetzt den Boss besiegt. Hast du überhaupt bei den Zuschauern gefragt, die noch motiviert sind weiter zu schauen? Das ist mir sowas von scheißegal. Ach ja, ich habe gerade den Feuerrad geklatscht. Gut, da gehst du rein, Attacke und... Ähm... Ja... Ich will zurück zum Feuerband schreien, wenn ich ehrlich bin. Hier war doch jetzt irgendwo ein Shortcard. Ich habe doch irgendwo einen Aufzug aktiviert. Wo war denn das jetzt? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? War das hier? War das hier? Ich bin mir nicht sicher. Rick hat Stegen. Hast du Brot? Ja, hier ist der Shortcard. Ah, er hat Brot. Ja, hatte. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ja. Gibst du mir Brot? Nein. Gibst du mir Brot? Ja. Kriege ich jetzt Brot? Hast du Brot? Wo ist mein Brot? Jetzt hast du kein Brot mehr, weil ich dein Brot habe. Ja. Ja. Brö desen. Ich bringe Film Keith Broadcoall ifs Brot waves. Ganz schönsty muốn sehen. Das Brot. Brot? Brot. Brot? Brot, Brot. Brot. Brot, Brot. Brot. ich ein Jahr so habe ich meine Mette folge der Seele gefunden Kübel, alles wird gut Brot? Ganz ruhig, ganz ruhig, tief durchatmen Hast du Brot? Der Frust, er staut sich an, er staut sich an Ja, stöhnen brauchst du auch nicht, wenn ich dich frage, ob du Brot hast Der Frust, er staut sich an, er staut sich an Er staut sich an, er staut sich an, er staut sich an Der Frust, er staut sich an, er staut sich an Jetzt brauchst du da auch nicht von Herr der Ringe Misty Mountain zu singen Ja Zauber Misty Mountain War doch die Melodie, oder nicht? Two Dungeons Deep Er lässt sein, kenn ich Helle Ringe kein Stück Das war der Hobbit Das war Hobbit 2 Aber, aber Matrix kennt er, ne? Ledermäntel Darauf steht er, ne? Lack und Leder Fuck und Leder Wow Wow, 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 wow Also, die Wut so richtig runterschlucken Das ist in Dark Souls echt schwer Wo war ich das letzte Mal so wütend? MW3 Mit Huzo oder gegen Huzo? Da war ich richtig wütend Beides Ne, ich glaub Huzo war ja wütend, als wir gegen ein neues Spiel haben Wer weiß, dass ich das mit Huzo gespielt habe Mit einem anderen spielt es ja nicht Doch, ich hab's auch mit dem Mann neu gespielt, mit Lukas zum Beispiel Ja, da hast er ja ausgerastet Ne, das war Yu-Gi-Oh Das war echt das Beste von Lukas, der ist so ausgerastet in Yu-Gi-Oh Das ist ja Das ist ja Au Hast du Brot? Hast du Brot? Bist du ne Ente? Bist du ne Ente? Hast du Brot? Ach so, ich hab's gar nicht erwähnt Ich habe Astorias Wappen bereits gekauft, offscreen Ist ja nicht schlimm Cheater Na, wie viele Parts hat er das erwähnt? Ähm Dann einmal gegen irgendwelche Golems verloren Hier, Astorias Wappen kann ich nicht mehr kaufen, hab ich bereits ja äh So, kann ich eigentlich mein Schwert mal jetzt irgendwie aufleveln Geht das? Yay, nächster Boss bis ich... Well Ausrüstung umwandeln, Drachenschild kann ich nur, Uchi Katana kann ich nur zurückwandeln Ich versteh die Welt nicht Also an dem Tag, wo ich diese Quest aufgebe, weil ich diesen scheiß Fisch nicht fand, ne? Hast du Brot? Ich habe acht große Scherben Ey, das lohnt sich doch Ja Hast du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Sei ehrlich zu mir Hast du Brot? Na Komm ich vor wie in einem schwulen Porno Es ist ein schwulen Porno Es ist halt Dragon Ball Ah, Wolf Ah 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 Wow, Alter, das klang gerade ziemlich Holy Moly, what the fuck Ja, bitte Musst es wissen Ah Das klang gerade, ja doch, ziemlich seltsam So, was, Kübel, was kann ich als nächstes tun? Äh Nach Anor Londo Ach ja, genau Und dann nochmal ragen Nach Anor Londo Das können wir machen, aber ich will zuerst ein Feuerband schreien Du kannst jetzt auch jetzt runter zur Tochter des Chaos gehen, bei Kelak Kann ich nicht zuerst eigentlich den Wolf dagegen gehen, den Wolf? Äh, hol dir erst das Teleportationsgefäß Achso, Herr Herrschergefäß Achso, Herr Herrschergefäß, okay Mach ich Ja, das krieg ich ja Wo krieg ich das denn? Ah, in Anor Londo Ah, toll Okay Weiß ich Bescheid Gut, 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 gut Okay, meine Laune hat sich wieder ein bisschen, also Ich bin nicht, äh doch Es hat sich gelohnt Ich hab jetzt, ich hab ja die Fürstorten sind zum Gerettet noch geschafft So, Kollege, was schüttert ihr da im Teil Helden? Ja, komm, komm, komm Zack Seid zärtlich zu mir Wow 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 Klingt jetzt auf jeden Fall ziemlich interessant Klingt auf jeden Fall ziemlich interessant Nicht so viel Joghurt, wird der Kuchen sonst zu cremig Ähm, ich habe Eisengole im Kernstück Was, was, was kann ich damit machen? Kann ich die weggeben oder brauche ich die noch? Ja, ich mag's mit viel Joghurt Okay Hast du dich gerade gesagt, du willst nicht so viel Na doch, immer rein damit Okay Achso, ähm, Leute, das ist übrigens, äh, halb, äh, zwölf, nachts, also keine Ahnung, ob das daran liegt, dass die jetzt so austicken, weiß ich nicht Naja, das ist alles Grund, mein Geburtstag Ja, in einer Stunde Also Bitte die Party musst du auch nehmen Geburtstagskuchen für Soji Ja Los, schlag dir Teig Womit? Kübel, ich schlag mal mit was anderem Ah ne, ich wollte ja nicht aufleveln, ich trottel Na, warte Es wird Männer-Corona Es wird Männer-Corona Aus Demontod Havels Ring Ah, was soll ich? Ich wollte trotzdem nicht leichter Ne, ich werd geschlagen Ja, gut, dann geh ich jetzt auch ne andere Lande, okay, es war jetzt ein bisschen unnötig zurück zum Feuerband schreien zu gehen, aber ich wollte halt irgendwie safe sein und... Äh, jetzt darfst du wieder durch Sensfestung Nein, ich hab den Shortcut frei freigeschaltet Shortcut Da gibt's nen Aufzug Achso, ja, trotzdem musst du anfangs durch Sensfestung Ja, den, das ist bisschen da Pfff Gar nix Pfff Wer eben noch am Verzweifeln war Ja, am Ende von Sensfest zu beim Eisen-Golem, ja, aber sonst Der Anfang ist Pipifax Gewicht da bei eurem Golem-Sami aus Ha, wie, der Anfang ist Pipifax Wo muss ich denn hin? Ja, ich mein jetzt, wenn man sie kennt, dann ist Pipifax Sag's mir! Ja, woher sag's mir Ja, Wolf Der Kuchen ist gleich fertig Okay Ihr und euer Kuchen, Alter Scheiße Ah, die Sahne Okay, ich mach mit Schneller Härter Ey, hört auf das, das stört das Let's Play Welches qualitativ hochwertige Let's Play? Arschloch, ich hasse dich Wieso, Mitch, ich sag nur das, was die Zuschauer denken Jaaa, gibt ja keiner mehr Unterstützung hier, du Penn Selbst wenn, wenn ich hier bin, ist das Niveau hier vergessen Ja, das stimmt aber Ja, gut, wir gehen jetzt nach Anolondo So, ich freu mich da irgendwie voll drauf Keine Ahnung Irgendwie freu ich mich auf Anolondo Tust du nicht Tust du nicht Warum? Ich und Wolf waren schon da und haben einen Kuchen gebacken Okay 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 Drei Sehenswerte in Anolondo sind die dicken Brüste der Feuerhüterin Oh Siehste, das ist mir wert Das ist für mich pure Wohl Das ist für mich pure Motivation Aua, aua Deshalb hast du ja auch Tomb Raider geholt, ne? Ähm, nein Lass Lara Croft in Ruhe Hehehe Jaa, also daran ist es Mitchell Ja? Spittestens nach einer Stunde bist du da und reißt dir die Haare raus mit dem Scheiß Er hat da kurze Haare, brauchen die mehr zum Friseer gehen Sparen wir uns das Geld für unseren Mitchell Das heißt Geld, ich hätte ihm in der Nacht die Haare geschenkt Ja, stimmt Dann haben wir aber völlig Platz erst Also erst mit, äh, Schärmaschinenmeister dann noch mit Rasierschaum und Ras... Tief, tief Ja, nach uns für das alles Es gibt Feuer Tief, 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 tief Garns Nirvana... Ja, Nirvana! Gab's, da gab's ein Fairytale Es ist ne Band Schreib mal Evolve... Nein, schreib ich jetzt nicht Was sind das für Typen? Keine Ahnung Asozialer hat's viel Ja, aber hab ich zu Glück Sorry, äh, die schauen uns rein Nein, tun sie nicht, tun sie nicht, tun sie nicht Nur Slushy und der ist korrekt Slushy, Slushy ist korrekt der Typ, na klar Der Rest aber nicht Nein, nicht unbedingt Ohohohoho Mit sowas verkehrst du? Ich sag hier grad... Ich stimme euch grad einfach nur noch zu, weil ich kaum darüber nachdenke, was ihr... Ich weiß gar nicht, was, 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 was hier... Über was ihr redet, weil ich einfach fix und fertig bin mit den Nerven schon wieder Hast du Brot? Du bist fick und fertig Ja, fick und fertig Willst du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Was? Nein, aber lass... Hast du Brot? Hast du Brot... Hast du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot... Hast du Brot... Ach Wolf, jetzt war ich nicht mehr so doll. Alter, da macht ihr irgendwie so ein Hörspiel draus, die schwule Küche oder so. Wollte ich schon mal machen. Ich werde von irgendwelchen Viechern weggetragen. Und dann kommt am Ende, wo war die Milch? Die Milch ist so flüchtig. Wie bei Dora, Alter. Das ist Anolondo? Nein, das ist Londoano. Sieht voll schick aus. Das ist Londoano. Wissenschaft. Sieht voll schick aus dort. Wissenschaft, die begeistert. Boah, ich bin gespannt auf das Gebiet jetzt. Da ist doch ein Haus dort. Nee, das haben wir schon auf Ebene 35 im Wald.